Sehen die Bananen, die du kaufst, auch immer total schnell braun aus? Tatsächlich ist das bei vielen Menschen der Fall. Mit einem einfachen Trick wird es in Zukunft bei dir aber nicht mehr so aussehen. Ich verrate dir jetzt, wie du verhinderst, dass deine Banane so schnell braun wird. Und was du dafür brauchst, ist einfach nur etwas Frischhaltefolie. Die sollte wohl jeder im Haus haben. Also nimm dir einmal die Frischhaltefolie zur Hand und wickel hier ein bisschen davon ab, sodass du ein kleines Stück hast, was du für die Banane benutzen kannst. Jetzt nimmst du dir das Stück Frischhaltefolie und wickelst es hier um den Strunk einmal fest herum. Das Ganze solltest du luftdicht machen, es sollten keine Löcher oder dergleichen in der Folie vorhanden sein. Der Hintergrund dieses Tricks ist, dass die Frischhaltefolie, die das Ganze luftdicht verpackt, den Reifeprozess spürbar verlangsamt und deine Bananen einige Tage länger frisch aussäen. Die Folie verhindert, dass das Ethylengas andere Teile der Frucht erreicht und sie zu schnell reifen lässt. Um frische Bananen zu haben, solltest du diesen Trick also immer anwenden. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, wie du eine Kiwi total schnell und einfach von der Schale befreien kannst? Dann schaue dir das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.